ein wunderschönen guten tag zu einem neuen video von marshall king mit der berühmten rennflagge des hyundai i30n und dem drive mode ja wetter ist bescheiden aber wir brauchen ja den regen also dachte ich mir wir machen mal ein kleines video im hyundai so jetzt fragen sich manche ist der behindert oder was was für ein video ja aber wie ihr schon seht habe ich hier ein paar kleine fette games drauf die ich jetzt suchen können und da wollte ich mal ein paar zeigen jetzt muss ich nur mit einer kamera ein bisschen so könnte das so sehen ja so sieht das gut aus paar kleine games und dann zeige ich euch mal was der hyundai noch so kann außer knallen und kurven man kann auch mit im game zocken natürlich vorausgesetzt man hat eine gute batterie so lange sollte man es nicht machen sonst zockt man gar nicht mehr weil alles tot ist was aber denn hier kennen bolz 3d kleine beschießen geht ab für zwischendurch nimmt man das mal mit gut das ist jetzt ein spiel ja okay einen noch kommt schieß schieß doch naja wenigstens ein paar punkte ja kennen bolz 3d man schießt ein paar kisten ab retro drift ja retro drift das ist schon was was hier auch reinpasst so was haben wir denn hier schönes ja batterie ist in ordnung wir wissen wir haben eine volle batterie dann ist cool dann ist cool wir starten wir starten woher worum ist das kein hyundai pinke woher woher ja das reifen quietschen das kenne ich auch immer ja das passt schon kleines autogame aber machen wir noch vielleicht kriegen wir den rekord geknackt werde jetzt mal durch die kamera gucken ich hoffe das funktioniert mal schauen da habe ich schon eine nachricht gekriegt danke für nichts vielen lieben dank also wie ihr gerade gesehen habt die nachricht solltet ihr ausschalten dann kommt doch weiter mit dem level so was haben wir denn noch das ist hier mühle oder was das also das hatte ich auch mal ausprobiert das ist das macht wirklich süchtig also da muss ich ganz ehrlich sagen ich habe auch frau gewartet also eine stunde ist da gar nichts was man mit diesem geilen game zockt und zwar müsst ihr ich zeig's euch drücken und diese kleinen hier diese farbigen da könnt ihr lang donnern bei den schwarzen müsste aufpassen da geht er kaputt ich zeig's euch mal passt auf vorführeffekt jetzt geht gleich alle schrott ja also ich darf nicht an die schwarzen kommen nein verdammt verdammt also ich hatte da schon hier ein score von 7000 aber das wird irgendwann ist schon auf level 11 also es ist nicht mehr so einfach aber also in dem game da habe ich mich echt drin verloren also wie gesagt eine stunde anderthalb stunden war da gar nichts batterie hat sich auch gesagt genau benutzt mich benutzt mich ja hier so ein kleines puzzle game da könnt ihr noch ein bisschen puzzeln das ist ja bestimmt hier so wie angry birds wie gesagt er sagt das auch immer warnung vor batterie entladung aber wir testen es ja nur ein bisschen wie gesagt es ist ja nur wenn man ein bisschen langweil hat und mal kurz wartet dass man mal so ein bisschen zocken kann oh ich krieg schon geld geschenkt was hast denn hier der sieht ja aus wie ich go mission 1 schaffe 400 meter kleiner prozessor ist aus meinem laden ach du scheiße was ist denn jetzt los ach das ist hier mit zupfen und so ein shit nochmal und los geht's oh hä kann der auch springen die uhren oder ja wie soll ich denn ich lauf überall gegen das ist natürlich auch ein bisschen blöde mit dem handy halten und dann euch zeigen ja ja da kommen ja sogar autos wie unfair oh shit nein ich hätte da rüber gemusst ja cooles game cooles game cooles game es gibt ja noch andere dinger tiger one also ich finde es irgendwie cool ich finde es irgendwie cool games next könnt ihr aber bei eurem auch testen ob ihr das habt ich weiß nicht ob das jetzt nur bei Hyundai geht oder bei anderen Marken auch das weiß ich jetzt nicht so wie Honda oder so ob das jetzt bei allen was Apple CarPlay und Android Auto ob das dann so eine Zusatzfunktion ist das kann ich leider nicht sagen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben ob das eure Modelle auch können genau das war das kleine Games Next Video ich hoffe es hat euch gefallen der Regen lässt auch nicht nach es ist einfach zum Kotzen wir brauchen ja den Regen aber von 18 auf 15 auf 12 8, 5 Grad genau das muss man wollen gut ihr könnt es ja mal ausprobieren wie es euch gefällt und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben ob das euer auch kann in dem Sinne ein schönes Restwochenende und man sieht sich im nächsten Video ja ich werde dich gleich wieder starten dass du deine Batterie wieder laden kannst und du nicht mehr meckern brauchst bis dahin auf wiederseh'n und zack